Guten Abend, liebe Kinder. Heute haben wir eine Überraschung ganz für euch allein. Das ist ein Riesenapplausch. Mit Kamelen und Giraffen, mit Geissen, mit Papageien, mit einer tollen Zugfahrt, mit Bernhard Russi, mit einem feinen Zviere, mit dem Flipper, dem Delphin und ja, Sie weiss gar nicht, wo anfangen. Ich weiss es. Zuerst gibt es eine grosse Fahrt mit der SBB. Ein ganzer Extrazug mit Kindern, wenn da nichts los ist. Und er ist auch dabei. Bernhard Russi, unser Skiweltmeister und Olympiasieger. Und wo an eine Nacht geht diese Zugfahrt? Nach Rapperschwil am Zürichsee in Kinderzoo vom Knie. Und dort wartet auf euch Susi, die Giraffe, Jimmy, das Zebra, Herr und Frau Ara oder die Geissenfamilie, die man streicheln kann. Und Hansi zieht euch durch den ganzen Zoo mit einem richtigen Rössli dran. Und sogar Bonireiten kann man. Ja, und dieser hier, der ist natürlich der Grösste. Flipper, der Delphin. Der macht mit seinen Brüdern zusammen ganz tolle Kunststücke vor. Und wie man an dieser Reise mitmachen kann? Ganz einfach. Schaut auf die Inserate in der Coop-Zeitung dieser Woche. In den grösseren Coop-Läden gibt es diese Arrangement zu einem ganz bescheidenen Preis. Da ist alles drin. Der Gutschei für die Reise, für den Zoo und auch für das Zviere. Und Kinder, die werden von speziellen Begleitpersonen betreut. Für Kinder unter 9, da sollte ich dann mitkommen. Sie reisen je nach ihrem Wohnort in der Zeit vom 8. bis 11. Oktober. Folgende Organisationen haben die Coop-Kinderausflug ermöglicht. Knies Kinderzoo, SBB, Apollo Drink und natürlich die Coop-Genossenschaft von ihrer Region. Also, jetzt machen wir mit und eine gute Reise. Und viel Applaus und auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop 2 x 275 Gramm Inkarom im Nachfüllbeutel für nur 7.80 Franken. 500 Gramm ausländischer Bienenhonig Flora Miel nur 2.10 und 500 Gramm ausländischer Waldhonig Flora Miel nur 2.75. 330 Gramm Knorrstocki kostet statt 3.30 nur 2.60 und 145 Gramm nur 1.25. 2 Coop-Jogurte natür nur 7.00 und mit Früchten nur 1.00 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag 4,8 Kilogramm Tedimat für nur 9.90. 1,7 Kilogramm Feinwäschmittel Doranda nur 5.50 und 5 Kilogramm Maga für nur 12.90 Franken. Hösli Windle Moltex Kombinett 20 Stück für den Tag nur 3.80. 12 Stück für die Nacht nur 2.95 und 24 Stück bunt gemustert nur 7.90 Franken. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!